Der Narlist Der große Rindfleischkontrakt Von Mark Twain Mit so wenigen Worten wie möglich will ich der Nation über meine Beteiligung an einer Sache berichten, welche die öffentliche Meinung in hohem Grade beschäftigt und viel böses Blut erregt hat. Die traurige Angelegenheit ist von den Zeitungen der alten und der neuen Welt mit den schrecklichsten Übertreibungen und Verzerrungen dargestellt worden. Für alle Tatsachen, welche ich anführe, finden sich aber, das kann ich versichern, mehr als genügende urkundliche Beweise in den Staatsarchiven der Union vor. Der Verlauf der Sache war ursprünglich folgender. John Wilson McKenzie aus Rotterdam in der Grafschaft Chemung im Staate New Jersey, jetzt verstorben, schloss etwa am 10. Oktober 1861 mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Kontrakt ab, nach welchem er dem General Sherman 30 Fass eingepökeltes Rindfleisch zu liefern hatte. Nun gut. Er machte sich auf, um Sherman das Rindfleisch zu bringen, aber als er in Washington ankam, war der General nach Manassas unterwegs. Er zog ihm daher mit dem Rindfleisch nach, kam aber zu spät. Nun folgte er ihm nach Nashville, von Nashville nach Chattanooga, von Chattanooga nach Atlanta. Einholen konnte er ihn jedoch nicht. In Atlanta nahm er einen neuen Anlauf und zog auf dem ganzen Marsch nach der Meeresküste hinter Sherman 3. Wieder kam er um einige Tage zu spät. Da er aber erfuhr, der General habe sich in der Quaker City nach dem Heiligen Lande eingeschifft, ging er nach Beirut unter Segel, überzeugt, er werde das andere Schiff einholen können. In Jerusalem angekommen, erhielt er die Nachricht, der General sei nicht mit der Quaker City abgesegelt, sondern nach der Prärie aufgebrochen, um gegen die Indianer zu kämpfen. Er kehrte daher nach Amerika zurück und zog in das Felsengebirge. Nach 68-tägiger, mühseliger Wanderung durch die Prärie, nur noch vier Meilen von Shermans Hauptquartier entfernt, fiel er den Indianern in die Hände, die ihn mit dem Tomahawk erschlugen, ihm die Kopfhaut abzogen und sich des Rindfleisch bemächtigten. Sie nahmen das Ganze bis auf ein Fass, welches Shermans Armee eroberte. Der kühne Reisende erfüllte also sogar im Tode noch seinen Kontrakt, wenigstens zum Teil. In seinem Testament, das er wie ein Tagebuch führte, vermachte er den Kontrakt seinem Sohn Bartholomeus W. Dieser schrieb die folgende Rechnung auf. Dann starb er. Rechnung für die Vereinigten Staaten In Rechnung für John Wilson McKenzie von New Jersey, jetzt verstorben, 30 Fass eingepökeltes Rindfleisch für General Sherman. A 100 Dollar, 3.000 Dollar, Reisespesen und Transport des Fleisches, 14.000 Dollar, Summe 17.000 Dollar. Den Betrag empfangen zu haben, bescheinigt. Bei seinem Ableben hinterließ er den Kontrakt dem WM.i.Martin, welcher sich bemühte, die Summe zu erheben, aber darüber starb und seine Forderung an Barker i.Allen vermachte. Auch dieser erhielt bei seinen Lebzeiten keine Bezahlung und hinterließ die Schriftstücke Anson G.Rogers, der bei seinem Versuch, den Betrag einzukassieren, eben bis zum 9. Rechnungsführer gelangt war, als der Tod, der alles zum Abschluss bringt, ungerufen erschien und ihm die ferneren Verhandlungen abschnitt. Die Papiere hinterließ er einem Verwandten in Connecticut namens Vengeance Hopkins, welcher es vier Wochen und zwei Tage aushielt und unerhörten Erfolg hatte, denn fast wäre er bis zum 12. Rechnungsführer gelangt. Er vermachte den Kontrakt testamentarisch seinem Onkel, der Freudenreich Johnson hieß, aber Freudenreich ertrug es nicht lange. Seine letzten Worte waren »Ich sterbe gern, weinet nicht über mich«, und er starb wirklich gern, der arme Mann. Nach seinem Tode erbten noch sieben andere Leute Kontrakt und Rechnung, die alle bald starben. So kamen die Papiere zuletzt in meinen Besitz. Ich erhielt sie von meinem Verwandten Bethlehem Hubbard aus Indiana, der schon lange einen Groll gegen mich hegte. Auf seinem toten Bette schickte er aber nach mir, verzieh mir alles und übergab mir mit Tränen in den Augen den Rindfleischkontrakt. Dies ist die Vorgeschichte desselben, bis zu der Zeit, da er mein Eigentum wurde. Jetzt will ich den Versuch machen, mich angesichts der ganzen Nation wegen meines Anteils an der Sache zu rechtfertigen. Mit dem Kontrakt und der Rechnung über Reisespesen und Transport der gelieferten Ware begab ich mich zu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. »Was wünschen Sie, mein Herr?«, fragte er mich. Ich erwiderte, »Majestät, etwa am 10. Oktober des Jahres 1861 schloss John Wilson McKenzie aus Rotterdam in der Grafschaft Schemmung im Staate New Jersey, jetzt verstorben, mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Kontrakt ab, nach welchem er dem General Sherman dreißig fast eingepökeltes Rindfleisch, »Hier fiel er mir ins Wort, freundlich, aber mit fester Stimme und entließ mich.« Am nächsten Tage machte ich dem Staatssekretär meine Aufwartung. »Ihr Begehr, mein Herr?«, fragte dieser. »Königliche Hoheit«, begann ich. »Etwa am 10. Oktober des Jahres 1861 schloss John Wilson McKenzie aus Rotterdam in der Grafschaft Schemmung im Staate New Jersey, jetzt verstorben, mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Kontrakt ab, nach welchem er dem General Sherman dreißig fast eingepökeltes Rindfleisch, »Genug, mein Herr, genug«, sage ich. »Wir haben in diesem Ministerium nichts mit Kontrakten über Rindfleisch zu schaffen.« Ich wurde hinauskomplimentiert. Nachdem ich mir die Sache reiflich überlegt hatte, stattete ich tags darauf dem Marineminister einen Besuch ab, der sagte, »Raschmann, Herr, bringen Sie Ihr Anliegen vor, lassen Sie mich nicht warten.« »Königliche Hoheit«, sagte ich, »etwa am 10. Oktober des Jahres 1861 schloss John Wilson McKenzie aus Rotterdam in der Grafschaft Schemmung im Staate New Jersey, jetzt verstorben, mit der Regierung der Vereinigten Staaten einen Kontrakt ab, nach welchem er dem General Sherman dreißig fast eingepökeltes Rindfleisch, weiter kam ich nicht. Auch Ihnen gingen die Rindfleischlieferungen für General Sherman nichts an. Ich dachte, das sei doch eine recht kuriose Regierung. Es hatte ja fast den Anschein, als habe sie überhaupt keine Lust, das Rindfleisch zu bezahlen. Am nächsten Tage ging ich zum Minister des Inneren. »Kaiserliche Hoheit«, sagte ich, »etwa am 10. Oktober des...« »Sparen Sie sich die Mühe, mein Herr«, fuhr er auf, »ich habe schon von Ihnen gehört. Machen Sie, dass Sie mit Ihrem niederträchtigen Kontrakt aus dem Hause kommen. Mit der Verproviantierung der Armeen hat das Ministerium des Inneren durchaus nichts zu tun.« Ich entfernte mich. Aber jetzt war ich wirklich aufgebracht. So leichten Kaufes sollten Sie mich nicht wieder loswerden. Ich nahm mir vor, jedes Department dieser gottlosen Regierung heimzusuchen, bis das Geschäft mit dem Kontrakt geordnet sei. Entweder wollte ich das Geld einkassieren oder das Leben lassen bei dem Versuch, wie alle meine Vorgänger. Ich ging dem Generalpostmeister zu Leibe. Ich belagerte das Ackerbauministerium. Ich lauerte dem Sprecher des Repräsentantenhauses auf. Sie alle hatten nichts mit Armeelieferungen von Rindfleisch zu schaffen. Darauf wandte ich mich an den Vorsitzenden des Patentamtes. »Hochwohlgeborene Exzellenz«, sagte ich, »etwa am... Zum Henker sind Sie mit Ihrem verfluchten Rindfleischkontrakt endlich auch hier angelangt? Ich versichere Sie, werter Herr, uns gehen weder Armeelieferungen etwas an, noch Ihr Kontrakt. »Hoch, das kann jeder sagen. Irgendjemand muss das Fleisch doch bezahlen. Die Sache wird jetzt auf der Stelle ins Reine gebracht, sonst lege ich Beschlag auf dies alte Patentamt mit allem, was darin ist. Aber, bester Herr, es ist mir alles einerlei. Das Patentamt ist verpflichtet, das Rindfleisch zu bezahlen. Darauf bestehe ich. Alle Ausreden sind umsonst, ich wanke und weiche nicht vom Platze, bis das Patentamt bezahlt hat. Die weiteren Einzelheiten tun nichts zur Sache. Sie endete in einer Prügelei, und das Patentamt behielt die Oberhand. Aber was hatte ich bei der Gelegenheit doch erfahren, was mir Vorteil brachte, nämlich, dass, wenn ich zur richtigen Behörde gehen wolle, ich mich an das Schatzamt wenden müsse. Ich begab mich dorthin und wartete dritte Halbstunden. Dann ward ich beim ersten Lord der Schatzkammer vorgelassen. »Alleredelster, würdigster und hochgeschätztester Senior«, sagte ich, »etwa am 10. Oktober des Jahres 1861. Schloss John Wilson-Mecke. Nicht weiter, mein Herr, ich weiß, ich weiß. Gehen Sie zum ersten Rechnungsführer.« Das tat ich, und er schickte mich zum zweiten Rechnungsführer. Der zweite schickte mich zum Oberregistrator der Abteilung für Pökelfleisch. Das fing doch an, geschäftsmäßig auszusehen. Er ging die Bücher durch, auch alle noch ungehefteten Akten, fand aber den Rindfleischkontrakt nirgends eingetragen und schickte mich zum zweiten Registrator. Auch dieser sah seine Bücher und Papiere durch, aber ohne Erfolg. Jetzt schöpfte ich neuen Mut und kam im Lauf der Woche bis zum sechsten Registrator der Pökelfleischabteilung. In der zweiten Woche machte ich die Abteilung für Schuldforderungen durch, in der dritten erledigte ich die Abteilung für unerfüllte Kontakte und faßte Fuß in der Abteilung für unbezahlte Rechnungen. Dort waren meine Erkundigungen schon nach drei Tagen zu Ende. Es gab jetzt nur noch einen Ort, wo ich nachfragen konnte. Ich belagerte den Kommissionär für Bagatellsachen. Das heißt, er selbst war nicht da. Ich hielt mich an einen Schreiber. In dem Zimmer befanden sich sechzehn wunderhübsche Damen, welche die Bücher führten, und sieben Schreiber von wohlgefälligem Äußeren, die ihnen zeigten, wie sie es machen müssten. Die jungen Damen wandten den Kopf und lächelten über ihre Schultern nach oben, die Schreiber lächelten zu ihnen hinab, und es ging so lustig her, wie wenn die Glocke zur Hochzeit läutete. Zwei oder drei andere Schreiber, welche die Zeitung lasen, sahen mich mit scharfen Blicken an, fuhren aber fort zu lesen, und niemand sprach ein Wort. An solche Zuvorkommenheit und bereitwillige Bedienung war ich aber in meiner ereignisreichen Laufbahn schon gewöhnt, da ich sie seit dem Tage, als ich das erste Büro der Pökelfleischabteilung betrat, bis ich das letzte verließ, um mich in die Abteilung für Bagatellsachen zu begeben, bei allen Schreibergehilfen der Registratoren angetroffen hatte. Durch viele Übungen war ich schon so weit gekommen, dass ich von meinem Eintritt ins Büro an, bis zu dem Augenblick, dass der Schreiber mich anredete, auf einem Bein stehen konnte, ohne dasselbe mehr als zwei oder höchstens dreimal zu wechseln. Jetzt stand ich hier, bis ich das Bein viermal gewechselt hatte. Dann sagte ich zu einem der Schreiber, welche lasen, »Erlauchter Bummler, wo ist der Großtürke?« »Was meinen Sie, mein Herr, wen meinen Sie, wenn Sie den Büroschef meinen, der ist ausgegangen, wird er heute noch den Harem besuchen?« Der junge Mann sah mich eine Weile grimmig an und vertiefte sich dann wieder in seine Zeitung. Aber das kümmerte mich nicht. Ich kannte die Art dieser Schreiber und wusste, dass Hoffnung für mich vorhanden sei, wenn er eher fertig wurde, als die neuen Zeitungen aus New York eintrafen. Er war jetzt schon bei dem vorletzten Tageblatt angekommen. Nach einer Weile hatte er alles durchgelesen. Dann gähnte er und fragte nach meinem Begehr. »Weltberühmter und hochverehrter Staatsmann, etwa am zehnten...« »Sie sind der Mann mit dem Rindfleischkontrakt?« »Geben Sie mir Ihre Papiere.« Er nahm sie in Empfang und wühlte dann lange Zeit in seinen Bagatellsachen herum. Endlich fand er die Nordwestpassage, oder was für mich dasselbe bedeutete, den lange verlorenen Vermerk über den Rindfleischkontrakt, die Klippe, an welcher so viele meiner Vorgänger gescheitert waren, ohne sie je zu erreichen. Meine Rührung war groß, und doch verlockte ich im Herzen, denn ich lebte ja noch. Ich sagte mit bewegter Stimme, »Geben Sie mir das Dokument. Die Regierung wird jetzt sicherlich die Schuld abtragen.« Er bedeutete mir jedoch, ich solle mich gedulden. Es sei vorher noch etwas zu erledigen. »Wo ist jener John Wilson McKenzie?« fragte er. »Tod? Wann ist er gestorben?« »Gestorben ist er überhaupt nicht. Man hat ihn totgeschlagen.« »Wie das?« »Mit einem Tomahawk erschlagen?« »Wer hat ihn mit dem Tomahawk erschlagen?« »Natürlich doch ein Indianer.« »Sie glaubten doch nicht, der Superintendent einer Sonntagsschule hätte es getan?« »Nein, also ein Indianer war es.« »Jawohl.« »Sein Name?« »Sein Name?« »Ich werde doch nicht seinen Namen wissen sollen.« »Name unbedingt erforderlich.« »Wer hat denn gesehen, dass er mit dem Tomahawk erschlagen wurde?« »Das weiß ich nicht.« »Sie selbst waren also nicht zugegen?« »Nein?« »Wie Sie an meinen Haaren sehen können.« »Woher wissen Sie denn, dass McKenzie tot ist?« »Weil er zu jener Zeit wirklich gestorben und seitdem auch tot geblieben ist.« »Wie ich allen Grund habe zu glauben.« »Ja, ich weiß es ganz bestimmt.« »Wir müssen Beweise haben.« »Ist der Indianer zur Stelle?« »Natürlich nicht.« »Den müssen Sie herbeischaffen.« »Haben Sie den Tomahawk hier?« »Bewahre, ich denke gar nicht daran.« »Sie müssen den Tomahawk beibringen und ihn uns zusammen dem Indianer vorführen.« »Wenn sich hierdurch McKenzies Tod beweisen lässt, haben Sie sich an die Kommission zu wenden, welche eingesetzt ist, um schwebende Forderungen zu prüfen. Vielleicht kommt dann Ihre Sache so in den Zug, dass Ihre Kinder die Bezahlung der Rechnung noch erleben und das Geld verzehren können. Aber vor allem muss der Tod jenes Mannes bewiesen werden. Übrigens kann ich Ihnen gleich noch sagen, dass die Regierung die Transport- und Reisespesen des seligen McKenzie nimmermehr bezahlen wird. »Möglicherweise wird Sie das Fass Pökelfleisch bezahlen, welches Sherman Soldaten erobert haben, wenn Sie auf Schadenersatz klagen und der Kongress Ihre Forderung anerkennt. Aber die 29 Fass, welche die Indianer aufgegessen haben, wird sie Ihnen nicht bezahlen.« »Demnach hätte ich nur 100 Dollar zu beanspruchen und selbst diese sind mir nicht sicher?« »Und das nach McKenzies endlosem Hin- und Herreisen mit dem Pökelfleisch in Europa, Asien und Amerika, nach allen Beschwerden, Prüfungen und Plackereien, die er erduldet hat, nach dem Hinstärben so vieler Unschuldiger, die bei dem Versuch, die Rechnung einzukassieren, ums Leben gekommen sind?« »Junger Mann, warum hat mir der Oberregistrator der Pökelfleischabteilung das nicht gleich gesagt?« »Er wusste nicht, dass Ihr Anspruch begründet war.« »Warum erfuhr ich es in keiner der einzigen der Abteilungen und Unterabteilungen?« »Weil man nirgends etwas davon wußte. Bei uns geschieht alles nach dem Geschäftsgang. Dem sind Sie gefolgt und haben in Erfahrung gebracht, was Sie zu wissen wünschten. Es ist das der beste Weg. Er ist ganz ordnungsgemäß. Man kommt dabei sehr langsam, aber sehr sicher zum Ziel.« »Jawohl, zum sicheren Tode. Dahin hat er die meisten der Unsrigen geführt. Ich fühle, dass es auch mit mir zu Ende geht.« »Junger Mann, Sie lieben jenes fröhliche Geschöpf da drüben mit den sanften blauen Augen und dem Federhalter hinter dem Ohr. Ich sehe das an Ihren schmachtenden Blicken. Sie wünschen, Sie zu heiraten, aber Sie sind arm. Hier, strecken Sie die Hand aus. Hier ist der Rindfleischkontrakt. Wohl an, nehmt euch, seid glücklich. Gott segne euch, meine Kinder.« »Das ist alles, was ich von dem großen Rindfleischkontrakt weiß, der so viel Aufsehen in der Welt gemacht hat.« »Der Schreiber, dem ich ihn abgetreten habe, ist gestorben. Was weiter aus dem Kontrakte und seinen späteren Besitzern geworden ist, vermag ich nicht zu sagen. Nur so viel weiß ich, dass, wenn jemand lange genug am Leben bleibt, um seine Sache durch das ganze Umständlichkeitsamt in Washington hindurch zu verfolgen, er zuletzt, nach vieler Mühe, Arbeit und Verzögerung, das herausfinden wird, was er am ersten Tage hätte erfahren können, wenn der Geschäftsgang im Umständlichkeitsamt so geschickt und zweckentsprechend geregelt wäre, wie in jedem großen kaufmännischen Institut. Untertitelung des ZDF,